. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Couch on Couch, dem allseits beliebten Format hier auf Rocket Beans TV, bei dem zwei Teams auf einer Couch sitzen jeweils und ein Spiel gegeneinander spielen. Heute wird es das Spiel Resident Evil 6 sein. Zu meiner Rechten, AJ, Grafik-Gott seines Zeichens und, ja, ich würde schon sagen, einer der schönsten Menschen bei Rocket Beans. Das kann man so sagen. Und zu meiner Linken da drüben, unsere Gegner quasi, Nasti und Ben. Hallo. Wir haben gerade ausgelost, wer mit wem spielt. Hier geht alles also mit rechten Dingen zu. Es ist der Zufall, der hat entschieden, wer mit wem spielt. Und ich freu mich, mit dir zu spielen. Ich freu mich auch. Ja, das ist doch schön. Wär ja auch komisch, wenn du jetzt was anderes sagen würdest. Genau, wir spielen Resident Evil. Und wir können euch jetzt mal draußen, ich hab den Chat im Blick dazu aufrufen, mal zu entscheiden, welche Kampagne wir spielen. Denn es geht darum, dass wir Resident Evil 6 spielen im Koop-Modus. Und wer weiterkommt, der gewinnt heute Abend und ist quasi der Geilste und kriegt Ehrung. Weil es gibt, was zu gewinnen, diese Medaille. Es gibt diese Medaille, aber die Medaille ist ja quasi nur das, was man anfassen kann. Aber das, was viel wichtiger ist, ist, dass man dann die nächsten Wochen durch die Gänge hier laufen kann von Rocket Beans und immer wieder auf dem Finger drauf zeigen kann, Dann hast du verloren dann, ne? Genau, ich hab gewonnen, darum geht's nämlich eigentlich. So, und ihr entscheidet jetzt mal für uns, denn wir machen gleich eine kleine Werbepause. Und in dieser Werbepause könnt ihr abstimmen im Chat. Und zwar, was haben wir gespielen? Ihr seht das schon, Leon, Chris oder Jake, die Kampagnen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin zugegebenermaßen noch nicht so krass versiert mit Resident Evil 6. Ich glaub, wir alle nicht so richtig, ne? Wir haben's alle jetzt nicht so mega viel gezockt. Noch einen Profi haben wir hier. Ja, Nasti ist der Profi, okay, das ist natürlich ein Vorteil schon mal für das Team da hinten. Ähm, mir sagt das jetzt im Grunde genommen gar nichts, welche Kampagne was hat. Ob das eine Schwierigere ist, das andere irgendwie leichter, keine Ahnung. Aber ihr werdet bestimmt gewissenhaft abstimmen und höchstwahrscheinlich auch das Schwierige auswählen, wie ich den Chat kenne. Schätzungsweise, ja. Und, ähm, dann gucken wir uns nach der Werbung, die jetzt kommt, das Ergebnis an. Und dann geht's auch schon los und dann zocken wir mal und dann gucken wir mal, wer weiterkommt. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns, bis gleich. Ciao. Und willkommen zurück. Ihr habt abgestimmt und ich glaube, das Ergebnis liegt uns jetzt schon vor und das gucken wir uns doch einfach mal direkt an. Welche Kampagne sollen wir spielen? Der Chat hat abgestimmt. Es wird bestimmt jetzt eingebettet, genau. Und zwar, wenn ich's richtig erkenne, Leon. Leon, das ist ja richtig knapp. Leon mit 47 Prozent. Äh, Chris war sehr unbeliebt, sag ich mal, 21 Prozent und Jake, äh, war 32 Prozent. Komischerweise hab ich Jake am öftesten so beim Überfliegen gesehen, aber es war wohl dann doch Leon. Das werden wir jetzt spielen. Ähm, ich würde mal kurz sagen, wir gehen mal direkt hier rein. Ähm, ich wähl das mal aus. Und vor allem können wir gleich mal schauen, welchen Schwierigkeitsgrad wir auswählen. Das haben wir gerade schon ausgemacht. Äh, Nasti ist ja ein bisschen erfahrener, hat aber auch gemeint, äh, in der Runde haben wir mal uns gefragt, okay, welche Schwierigkeitsgrad sollen wir spielen? Und wir haben uns entschieden, dazu normal zu spielen. Weil ich glaub, das ist dann für die... Nein, ich glaub, du hast aber den Einplayer. Genau, du müsstest jetzt auswählen. Also, Leon war das noch? Leon, genau. War das Leon noch? Und, ähm, Schwierigkeit normal, Bildschirm ungeteilt, das ist natürlich eine Frage, Nasti, da muss ich dich mal direkt fragen, was heißt das? Ähm, geteilt, ihr wollt ja offline spielen. Genau, das heißt, wir spielen geteilt, das hat jetzt Jay eingestellt, alles cool. Und, äh, jetzt, ich glaub, jetzt musst du einmal auf X drücken nochmal. Aber geht das nicht dann sofort los? Geht das dann sofort los, wenn man jetzt auf X... Äh, nee, dann müsst ihr noch, also jetzt weiter und dann müsst ihr noch oben, genau, jetzt spielt ihr erstmal aus, wer wen spielt. Okay, du bist also, willst du der Typ sein? Ich wär auch kein Typ, hätte ich gesagt. Ach, scheiß doch, dann bin ich hier Elena. Nein, ich weiß nicht, wir können auch hier ein bisschen... Nee, ich bin die Olle. Dann bin ich Leon. Ich bin ein verzweifelter Typ, der in der U-Bahn steht und einfach rausguckt und überall sind fucking Zombies. Geil. Und der ist wunderschön. Okay, Sie können nicht auf das Playstation-Destand-System zu kommen. Ja, mach mal weiter, weil er ja eh off-land spielt. Okay, ähm, weiter ist... Und jetzt kommt sowas? Und jetzt oben bei Netzwerkauswahl offline machen. Ah, okay. Genau, und dann kann man jetzt nämlich, jetzt können wir zusammenspielen. Und wenn wir zusammen... Nee, Friendly Fire... Was habt ihr bei Friendly Fire eingestellt? Nicht zu deinem, alles Standard. Okay, alles klar. Das heißt, wir werden... Jetzt geht's quasi los, wenn wir jetzt beide gemeinsam X drücken, oder was? Dann zählen wir runter und zwar auf Null wird gedrückt. Okay. Und du drückst dann X, ne? Das sind wir, glaub ich, immer für, oder? Haben wir da nicht ein Overlay für? Haben wir ein Overlay dafür? Ja, lass uns doch runter. Ansonsten mach ich's jetzt einfach. Drei, zwei, eins. Bam! Oh, ich bin draufgegriffen. Jetzt sehen wir das, AJ. Wir haben die im Sack, weiß ich jetzt schon, Nasti-Profi-Wöse. Ich bin ja auch gar kein Profi, das ist auf jeden Fall. Ja, ich hab aufgegriffen. Achso, ihr könnt das wegdrücken, ne? Oh, ja. Wir sind in Tall. Ich hab ne Waffe. Ich muss aliens killen. Ja, das müsst ihr auch rausfinden. Wie drücken wir das weg? Wie, das müsst ihr auch rausfinden? Du bist ein Player, du musst irgendwas drücken auf jeden Fall. Ich versuch's. Wir zeigen uns doch, wie's geht. Ja, hier drauf. Wir warten eh, bis ihr im Spiel seid. Ja, ich glaub schon. Ist das Mittelding? Ja, Mittelding. Was? Das ist ein Trackpad oder so. Trackpad? Pff, das ist ja blöd. Aber für die Zuschauer auch so vollkommen so, ja, scheiß drauf. Ihr seht jetzt nicht, was da passiert. Glauben, keine Cutscenes. Genau, voll lame. Äh, Benjamin? Okay, wie ist das? Ja, wir warten doch noch fairerweise, oder nicht? Ich bin wohl oben. Also, ich hab jetzt auch mal kurz die Frage, was es jetzt war. Also, wie skippt man, Nasti, kannst du uns sagen, wie man Cutscenes skippt? Es wird ja, glaub ich, öfter noch welche geben. Welche Taste? Ne, ich muss selber grad mal wieder rausfinden. Aber wahrscheinlich entweder... Du musst auch die Helligkeit hochziehen. Okay, ich hab jetzt mal Pause gemacht, damit's fair play ist. Genau, wir machen auch noch mal die Helligkeit, weil wir ja alles nur schwarz haben. Ähm. Okay. Nein. Okay. Nein. Nein. Da müssen wir gleich lang. Okay. Ich bin unten und du bist oben. Das ist so weird, ne? Wir spielen so. Du warst ja immer links und rechts. Das ist verdammt dunkel. Oder die ganze Länge. Okay, du musst mir die Steuerung vielleicht noch mal erklären. Ich weiß es selber nicht. Okay, wir schauen uns hier nur um. Ich geh mal hier der Alten so ein bisschen hinterher und drück meine Waffe hier so ein bisschen drauf an. Oh, geil. Du stehst du da so? Es gibt keinen Knopf für Lässigkeit. Du bist voll der schlechte Tänzer. Was machst du denn? Los. Okay. Los geht. Okay, geht los. Kann man denn. Ich weiß nicht. Sollen wir jeder erstmal unseren eigenen Scheiß machen? Ich glaub, hier ist bestimmt irgendwas zum Anklicken erstmal. Ach cool. Ich glaub, wir müssen erst dahin kommen, dass wir halt alles nutzen können mit Rennen und so. Wir müssen erst die knallroten Stiefel einsammeln, dass wir laufen können. Ich glaub, jetzt ist auch so ein bisschen ... Hier, du kannst R1 drücken und dann siehst du quasi, wo du wo wir hin müssen. Und ansonsten R2, wie immer ... Hast du die Tür wieder lässig auf? Ich hoff. Warum lehnt der sich jetzt an der Tür an? Der chillt erstmal. Hallo. Wir müssen hier schnell durch. Ja, ich warte doch mal. Warte mal. Wieso können wir nicht rennen? Könnt ihr rennen schon? Nee, man kann erst irgendwann ... Wir müssen erst mal normal laufen. Man kann auch noch nicht schießen. Ach so, das ist so ... Ach so, das ist so ... Auch noch nicht irgendwie die Waffe ziehen und so? Okay. Dazu G-Set. Oh, ein Ball. Nee. Okay. Hören eigentlich jetzt die Zuschauer aber den Gamesound? Weil wir hören ja gar nichts, ne? Nee. Wir hören ... Das ist das langweilig. Übrigens, vielleicht an die Regie auch. Wir hören gar nichts vom Sound, ne? Also ist das so gedacht? Ich glaube, du musst die ... Du musst die Tür irgendwie auch mit aufmachen. Ach so. Okay. Okay, das muss man ... Ah, das muss man zusammen machen quasi. Die Türen immer zusammen aufmachen. Sehr wichtig. Paul, haben wir eine Fernmeldingung für den Fernseher? Ich mach für euch noch ... Rechts, oder? Wegklicken jetzt, oder was? Ja. Oh, das sieht geil aus, ey. Guck mal, hier voll der geile Ballsaal, Alter. Hier sollte der Empfang stattfinden, AJ. Ich bin dafür, dass du erstmal runtergehst die Treppen. J heißt ich. J, nicht AJ. Geh die Treppen runter, J. Wo ist die Treppe? Du sollst die Treppen runtergehen, J. Ich guck mir das an. Können wir schon Waffe ziehen? Nee, auch noch nicht. Ich möchte die Leiter hoch. Nein, geht nicht. Ja, J. Geh die Treppen runter, J. Oh, ich hasse das, wenn so ein Spieler so langsam läuft und man nicht ... Ja, aber das ist glaube ich nur so am Anfang, weil das so ein bisschen so wie ... Jaja, ist mir klar. Aber ich find's, die Grafik ist geil, oder? Findest du? Ich find's angenehm. Also die Grafik im Sinne von Atmosphäre so, das ist alles recht stimmig. Was sind diese Sterne? Okay, die sind ein bisschen Sailor Moon-mäßig. Wegdrücken. Wegdrücken. Mach mal hier mit ... Die Mitte. Oder den hier. Den daneben, der Kleine. Geht auch oft. Aber ist glaube ich nicht klickbar. Ja. Oh, jetzt kann ich ... Yeah. Boah, jetzt ist aber voll hell hier. Hallo. Was ist mit dem Licht los? Ja, Donny. Geh dann, wir müssen schnell durch. Hören nicht auf sie. Lass dich nicht ablenken. Jetzt können wir rennen, glaube ich, oder? Jo. Nee. Immer noch nicht. Ja, nee, wenn normal sein, wenn du X drückst, rennst du. Aber das macht er ja nicht. Ich kann auch nicht hüpfen hier. Ich komm hier nicht durch. Okay, warte mal. Du kannst auch noch nicht die Waffe ziehen. Nee, die haben einfach nur die Geschwindigkeit grad hoch gemacht. Ich komm hier nicht durch. Ich lauf grad richtig scheiße. Schnell. Ja, ich lauf scheiße grad. Ich weiß nicht, wo ich hier durchkomm. Okay. Ist irgendwas in der Küche. Wieso kann man denn auch nicht hüpfen? Töte ihn. Alles okay? Töte ihn. Welcher Knopf? Der hier. Das ist töten, ne? Ja. Das hier ist das Genickbrechen. Cool aussehen. Lässige Sprüche. Oh. Lies! Lies ist tot, Mann. Hat sein Portemonnaie vergessen. Klau ihn! Klau ihn! Ach ne, ist dein Telefon. Digpix! 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 Halt! 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 Alter, wie kann das die ganze Zeit gehen? Süß! Wo bist du? Süß! Du Hundesorn. Der verursacht dort nur Cutscenes. Cutscenes. Komm schon, lauf, Peter Egon. Ey, ich glaub, das ist tatsächlich die Tasse, die ich euch eben beschrieben habe. Wir haben aber auch grade einfach komplett... Das kam vielleicht nur der erste Player. Oder so. Geh jetzt schnell dahin, jetzt können wir aber wieder nicht schnell laufen. Das ist so ein ewiges Tutorial hier irgendwie, hab ich das Gefühl. Aufpassen. Habe ich nen Flashlight-Button? Ich hoffe, weil sonst müssen wir wieder Fernsehintervention machen. Ich kann auf jeden Fall also R2 schlagen. Oh. Ich kann jetzt auch Waffe ziehen, okay. Das ist ne Änderung auf jeden Fall jetzt schon. Jetzt kommen wir an die Hälfte. Erste Hälfte-Spray, taktisches Sturmgewehr. Wie macht man denn Flashlight an? Na, Waffe ziehen uns doch L1, äh, L2, ne? Oh, oh. So, jetzt kommen die Dudes rein. Sind die soweit schon? Oh, wir sind weiter als die. Geil. Oh, der kriegt grad voll den Orgasmus. Verwandelt er sich jetzt? Da. Ne, X. Okay, wir müssen's zusammen machen, ne? Die nicht. Ja, die tun wir uns doch rein machen, oder was? Ja. Das Haus ist ein bisschen, ganz bisschen wie das erste Resident Evil, ne? Wie was? Das erste Resident Evil. Ja, so ein bisschen. Warte mal, ich kann jetzt, guck mal, ich kann mich jetzt nicht schneller bewegen. Konntest du auch grad hier, bist du jetzt grad hier, konntest du grad rennen? Ja. Aber nicht von Anfang an, oder? Doch, ich bin einfach durchgerannt. Nee, bei mir läuft der immer voll lahm. Müssen wir überhaupt hier lang? Oder müssen wir dem Typen folgen? Ich weiß nicht, wer der Typ überhaupt ist. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wieso kannst du jetzt rennen? Wie machst du das? Mit... Nee, nix mach ich. Das passiert automatisch, ne? Ja. Sind die hier richtig? Nee, warte mal. Nee, wir müssen nach unten. Scheiß. Ich folg dir jetzt gerade, ne? Ja. Du bist jetzt vorher der Chef. Entschuldigung. Hä, warte mal. Da steht doch... Die Tür, da steht doch hier, guck mal, der Radar. Da, ich mach jetzt mal einfach, ich geh jetzt mal vor. Ja, ja. Ich übernimm das jetzt hier. Jay, komm zur Tür. Ja, ich kann nicht lang, ich kann nicht schneller laufen. Ich lauf immer sehr langsam. Du musst die Tür zusammen aufmachen. Irgendwie. Ist das Ralf Möller oder was? Ralf Möller ist anders. Ja, ist auch ein guter Jay. Mach die Tür auf hier. Stimmt, so war das. Wie geht das hier? Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, weiß ich nicht. Hier passiert nichts. Hier geht die Tür auf. Ich schieß die fucking Tür auf hier. Wir müssen wahrscheinlich auf den Typen warten, bis wir dahinter... Da muss ich hier irgendwas nehmen. Ach, der macht da irgendwas. Der ist irgendwie... Der verwandelt sich gleich oder so. Guck mal. Mit dem ist irgendwas nicht cool. Ich schieß den direkt ab. Ich hau den weg. Ich hau den aufs Maul. Ja, der ist... Guck mal, der ist krank irgendwie. Der ist schon infiziert. Der wird gleich irgendwie ein Zombie werden. Ich komm, die große Überraschung. Ja, ich bin schon gezwickt, du Arsch. Guck mal. Dein Kopf ist schon im Visier, Freundchen. Ja, ja. Verwandel du dich nur. Kurzem Prozess mit deinem Kopf. Wo ist der Aufzug? Wir müssen, glaube ich, gleich einen Aufzug in den Gang setzen. Also es nervt ein bisschen mit dem Tempo, oder? Ja. Dass man nicht wirklich einfach laufen kann und dass er die ganze Zeit jetzt das Tempo macht, das nervt mich. Was ist der Aufzug? Oh nein. Das ist der Aufzug. Okay. Okay. Die ist einer. Oh nein, gib bitte. Ach man ey. Mir wurde Michael Bay versprochen. Jetzt schleichen wir hier so. Ja, das kommt noch. Jetzt muss er... Das muss er... Ich finde doch, du kannst immer viel früher retten als ich. Weil ich einfach voreilig bin. Ich reingel immer so lange, dass ich schon an dem Punkt bin, wo man schon... Scoop, Scoop, Scoop. Im Spiel machst du das aber auch. Ja, das stimmt. Komm schon mal, schieß doch. Ich kann den nicht erschienen. Kann den nicht, ich auch. Ich kann den nicht erschienen. Ich kann den nicht, ich auch. Es wäre so schnell vorbei gewesen. Ach komm, die hat es hinter sich, ey. Guck mal, raus her. Okay. Hey, schieß doch. Wo sind Mama und Leon? Okay. Die ist schon am... Sie sind alle tot. Was, die ist halt schon tot? Der ist ein Scheiß-Zombie! Weg. Okay, ach so, okay. Oh. Okay. Ähm. Weiter geht's. Okay, aber der Dude ist eigentlich weg. Der ist jetzt traurig. Der soll mal... Was sagt der? Kommen Sie vom Gelände. Okay, wir haben den Typen eigentlich los. Hier sind wieder so Sterne. Müssen wir wieder zurück? Wir müssen wieder mit dem Typen mitlaufen. Zum Fahrstuhl oder was? Aber nervt euch das auch so wie uns mit der Geschwindigkeit, dass man so nicht laufen kann die ganze Zeit? Ja, ja. Das ist voll weird. Also bisher kann man ja nichts daran ändern, wie schnell man das Spiel durchspielt, oder? Nee, ich glaub, man muss erst diesen Part überstehen, bis man halt zum richtigen, alleine... Boah, das ist nervig, diese Parts. Vielleicht ne Minigun haben, ja. Jetzt kommen wir gleichzeitig an. Vor allem war das ständig so random Wechsel zwischen man kann rennen oder ganz langsam laufen. Aber dann kann man über sie rüberlaufen. Ich schieß der jetzt in den Arsch. Ich hab ihr, da vorne. Damit man so ein bisschen Tempo kriegt so. Ist die eigentlich ne Schlaghose? Die ist ne kurze Hose. Achso, deine, Jay? Ja, klar. Die hat ne kurze Hose. Muss auch sagen, ist auch nicht schlecht, ne? Alter, jetzt lauf doch schneller da. Boah, der Typ nervt, ey. Mit seinem komischen... Mit seiner Leiche da. Oh, ich muss wieder zu dir? Ja. Okay, scheiße. Jetzt kommt dieses, glaub ich, dass man so dieses richtige Timing finden muss. Ist das so? Ja, das war bei dem Tutorial so. Ich hab nur einmal kurz das Tutorial gespielt vorhin. Da gibt's auch so... Wenn man Holz manchmal so zerdrücken muss, muss man genau in seinem richtigen Moment so einen Knopf drücken. Okay, war... Irgendwas hat sich grad geändert, ne? Ne. Kontrollpunkt. Okay. Ich seh immer, was da passiert. Begegnung. Wir sind ein gutes Team. Ähm... Scheiße, sind echt Quicktime-Events mit den Knöpfen? Mit... Okay, das krieg ich eher hin. Kannst du skippen? Lösen Sie. Entweder Sie oder wir. Und Sie. Ich wusste doch, dass es ein Zombie ist. Schieß! Ja. Jetzt immer mal den versuchen, ne? Den hier. Einfach, falls es Katzien sind, ne? Ne, das ist doch der Große zum Punkt. Ne, ne, eigentlich noch mal ist es immer der hier. Das ist eigentlich kein... Ich glaub das nicht. Kannst ja beide mal machen, aber ich würd's immer mal ausprobieren. Wie geht nachladen? Ähm... Ich glaube, Katten... Kreisabot. Oh... Jetzt wird der die Taut-Hüter-Tau angemacht und jetzt kommen voll viele. Komm, wir wollen wir einfach... Okay. Und jetzt? So, jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch. Oh, oh! Schön weggekickt. Geh, aus dem Weg! Die sind ja gar nicht in den Kopf geschossen. Okay. Kann man auch nicht überhüpfen? Nee. Du guckst immer. Ich wollt nur, dass du einfach immer auf Vogel versuchst. Okay. Jetzt kannst du mit X rennen. Müssen wir einfach durchrennen jetzt, oder was? Naja, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier... Die Frage ist, sollen wir rennen? Oder sollen wir... Klar, wir müssen schnell durch. Okay. Ja, ich wollte ein paar killen. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Okay. Probier mal zum Beispiel springen. Probier mal. Genau. Ja. Immer probieren, wenn Cutscenes kommen. Toller. Das hieße... Alle auf dem Campus. Ja. Aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Und die Tür auch, ja? Ja. Ich würde gerne ein Licht aus der Kamera runterfallen. Jetzt hast du den schlafenden Schüler geweckt. Ich wollte nichts stören. Ja. Cooler Spruchknopf. Ja. Schießt du ihn, oder was? Ja, warum nicht? Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe eine andere Knappe noch. Ist das so, dass man sich die Munition noch einteilen muss in diesem Spiel? Ja, weil du musst ja noch neue sammeln. Oh. Okay. Aber du kannst nicht so richtig... Kann ich den nicht einsammeln, oder kann ich den nicht einsammeln? Okay. Du brauchst Hilfe, oder? Hilfe! Ha! Du hast voll in den Kopf getreten. Geil. Komm, wir müssen hier dann, oder? Ja, warte, ich will hier noch Kram einziehen. Ich darf nicht Kram einziehen. Oh Gott, wo bist du? Aber wir brauchen Munition dringend, ne? Wo bist du? Wo ist ein Ballern? Ah, okay, alles klar. Cooler Kick. Ja. Ballern. Okay, hin oder was? Gute Arbeit. Oh, da könnte man was einsammeln. Ja. Warum kann ich denn nicht? Oh. Bam. Ich bin weggesmackt. Ich hab den Krabbel Guy auch schon erledigt. Wo bist du denn da? Bist du schon vorgenommen? Ja, ja. Mach ein bisschen Progress. Sollen wir noch was ein? Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Das war dumm. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Wieso? Warten. Gerade verpasst. Das ist mir egal, ich muss zum Ausgang vom Level. Ist das hier, ist das eigentlich die Treppe, wo wir hochgekommen sind? Ne, ist eine andere auf der anderen Seite. Sicher? Machen wir mal gucken, was man hier so holen kann. Was ist denn nochmal der Knopf? Der. Okay. Mach schon mal die Tür auf. Jo. Ich kümmere mich auch kurz um den Zombie, wenn du gehst. Der immer noch lebt. Ähm. Jetzt ist er tot. Lass mal die Türen ab. Du musst auch checken. Du musst Munition holen, ne? Das ist wichtig. Ja. Na gut. Ich guck mal was für das. Guck mal, hier ist Zeug. Und die ist auch ein Zombie. Ja, aber wir müssen doch schnell durch. Ja, ja. Ne, wir müssen auch gucken. Das hat schon was damit zu tun. Du musst auch schon dann dich aufstocken. Ach, ich brauch keine Munition. Ich kick sie einfach weg. Okay. Oh, die sind voll weg. Aber viele. Jetzt stirbt doch endlich. Ich hab die, glaub ich, erst mal. Die anderen sind bestimmt schon viel weiter. Scheißegal. Nicht so stressen. Ist alles gut. Muss auch ein bisschen Spaß machen. Aber heb echt mal die Sachen auf. Das ist wichtig. Wie lebt man nach bei dem Scheiß eigentlich? Äh, mit Viereck, glaub ich. Das tut man mir nicht. Vielleicht hast du keine Muni mehr. Nee, müsst ihr eigentlich haben. Aber jetzt sind wir draußen, oder was? Okay, krass. Na endlich. Hier sind die übelsten. Frische Luft. Ich hab doch keine Munition mehr. Fuck. Soll ich dir lieber helfen? Oh shit. Ich drehe die einfach alle kaputt, Mann. Mann, ich will doch nicht dich erschießen. Was machst du gerade? Baller nur. Ach so, jetzt bin ich erschöpft. Okay. Ja, merkst du das? Das merkst du eigentlich. Achtung, hinter dir. Hinter mir? Wie komm ich denn wieder an Kräfte? Warten, oder was? Ja. Ich muss dann ein bisschen aussetzen. Alter, der Wattenschwoll mit einer Flasche beworfen wollte der mich. Ach so, okay. Oh Gott, wie geht das? Ein Behälter tun? Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Oh Gott. Wie benutze ich denn Heilpflanzen? Warte, wo bist du denn? Hier, ich heil dich schnell. Okay. Wir hätten uns mal die Basic nochmal angucken sollen. Ich hab's noch nie gespielt. Das ist okay. Wir schaffen das. Ich hab schon ein paar Wecke. Oh shit. Oh oh. Oh man, ich will doch den hier einfach. Ich hab jetzt aber nicht mehr so viel in meiner Schrotti. Oh scheiße. Ich hab ein Messer, glaub ich. Oh puh! Oh, nur noch acht Patronen kamen. So, blub. Okay. Ach ja, ein Messer. Ja. Ups. Geht's hier durch? Ist das so gedacht oder was? Oder sollen wir rausgehen? Jetzt kommen die von allen Seiten. Könnten vielleicht zu viele sein. Lass mal lieber nicht so hier in Deckung gehen, wo man halt hier... Ich geh zum Weg. Scheiße. Fick dich, du Scheiß-Zombie! Ey, ich mach dir Blatt hier. Baseballfeld ist meins. Ich schieß dir hin. Den Kopf. Ich krieg sie einfach alle weg. Ich bin hier echt. Ja, hier die Flasche nimmst du mal schön in den Rücken, du Arsch. Ich hab mal schöne Munition hier überall. Benutzen sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten zu kaufen? Ich weiß nicht, welche Fähigkeitenpunkte... Warum tragen diese Zombies eigentlich so Baseballschläger? Weil die kommen vom Baseballfeld, deswegen. Ah! Oh Gott, komm hierher. Ich hab keine Munition mehr, Scheiße. Ah, was hab ich denn jetzt gemacht? Wie lebt man denn nach in dem Scheißspiel? Und wo seh ich denn, wie viel Munition ich hab? Ich muss sie erst mal kurz abhauen. Das sind zu viele. Ich bin schon ein bisschen tot. Ich muss mal kurz hier irgendwie... Ich hab keine... Ich hab keine... Wo ist die Pflanze? Jetzt hau sie doch um. Wie komm ich zu der Pflanze? Was hab ich jetzt gemacht? Was ist jetzt los? Du hast da draufgedrückt. Du musst hier draufdrücken. Wie? Was? So, und jetzt müssen wir mit der... Oh man! Oh, das passiert viel zu häufig. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir gar nichts sehen, oder? Das ist auch was. Es ist sehr dunkel. Aber es ist auch Sinn des Spiels, nicht? Ach so, du messerst ihn. Okay, cool. Cool, ne? Oh, warte mal. Hier ist eine Pflanze. Oh, das ist eine Pflanze. Oh man! Warte, warte, ich komm ja schon. Ich kann doch nicht. Einfach mich ja mal vor. Wie soll ich dich denn halten? Es ist einfach nur rausge... Okay, voll mit der Pflanze. Oh, da war noch was. Ja. Einsammeln. Okay. Okay. Mega gut. Das ist Teamwork. Tag Team. Oh, hier sind sie voll runtergebringt. Kannst du drauf treten? Ja. Kannst du drauf treten. Okay. Ich spiel die ganze Scheiße mit dem Messer durch, ey. Das geht doch viel besser. Guck mal, ich hab voll getackelt. Hast du das gesehen? Oh, was ist das? Hab ich mitgenommen auf jeden Fall. Oh nein, den Knopf. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Komm, wir gehen einfach zum Tor jetzt. Ey, wie hab ich denn jetzt das Messer schon wieder gedacht? Das ist geil. Überlebensmesser. Das klingt doch geil. Wie komm ich denn jetzt hier rüber ohne den Humpelmann zu? Alter, der hat einen Hammer. Den will ich haben. Ja, den kriegt man aber nicht. Ich brauch dich ja. Wieso? Ich hab den doch gerade eingesammelt. Aber du... Hä? Eben hatte ich den noch in der Hand. Na toll. Ey, warum bin ich denn eigentlich schon wieder so angeknabbert oben? Powermäßig? Guck mal jetzt, wie es geht. Jetzt haben wir kurz ein bisschen Zeit. Oh, das macht bibidibidibidib, wenn wir jetzt hier durchgehen. Ja, warte. Ich will einmal kurz checken. Kräutergrün. Kombinieren? Kann ich den hier einfach benutzen? Nee, du brauchst mehrere davon. Ich hatte halt so einen Spray eingesammelt, deswegen konnte ich dir helfen, aber... Im Behälterlagern? Was ist das denn? Das hab ich vorhin gemacht. Ja, genau. Das ist dumm, oder nicht? Ja, du bekommst... Wenn du halt mehr hast, kannst du die so kombinieren, dann hast du so einen Pack an Tabletten. Aha, aber ich kann die jetzt nicht nutzen. Nicht, dass ich wüsste. Versuch's doch mal. Nee, ich kann nur noch einen Behälterlagern überreichen und wegwerfen. Nee, okay. Okay, shit. Das ist natürlich richtige Lutsche, weil ich eins von denen schon einen Behälter getan hab. Das piepst gleich ordentlich. Ja, komm, wir laufen, oder? Hast du noch Hilfespray oder sowas? Nein, ich hab nichts, ich hab das dir gegeben. Ach, scheiße, aber ich hab nur noch zwei Punkte. Wir kriegen das hin. Noch zwei Punkte. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Schnell. Die Hand. Fuck the rules. Was? Was? Keine Ahnung. Okay, lass mal die Tür jetzt dran machen. Ach, Schuhbrecher. Ach so, hier ist doch was, warte mal, hier ist Schlüsselkarte, die hab ich jetzt. Okay, ich hab die Schlüsselkarte, lass mich gerade, ach so. Also wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Wir müssen jetzt wieder raus, ne? Oder wie war das? Um diese Tür da aufzumachen. Ja. Ah, natürlich steht der wieder auf. Voll weggekickt. Okay, jetzt rennen wir mal hier durch. Jetzt rennen wir mal wirklich mal durch. Wir gehen mal wirklich zu dieser Tür. Direkt hin. Scheiß auf die Zombies mal. Ah. Die scheißen jetzt mal drauf. Die scheißen aber nicht auf mich. Soll ich dir helfen? Ah. Soll ich dir helfen? Warte. Ich hab's gleich. Nee, lass sie einfach weg. Du musst ja nicht treten. Komm. Geh mal hier zu der Tür. Überall welche. Scheiß drauf. Lass sie mal stehen. Und wir machen jetzt hier auf. Okay. Dann ähm. Das ist so ein Security-Ding. Oh, ich hab ne Waffe dabei. Ich kann da nicht durch. Das geht echt an. Das ist ja ein Gag von den Programmierern. Ist ja klar. Wieso? Das lockt doch die Zombies an. Das ist auch einer. Die Zombies an Locker hier. Den müssen wir auch mal kurz zerstören hier. Tschüss. Bist auch ein Zombie hier. Malibu-Zombie hier. Komm. Mach mal auf die Tür hier. Komm rein da hier. Komm den schieße ich direkt ab hier in den Kopf. Pass auf hier. Siehst du da hinten? Wer steht da? Schieße den Kopf hier. Hab ich nicht getroffen. Jetzt hab ich getroffen. Zweimal. Voller Move, ey. So. Friendly Fire ist ja activated. Schönen Scheiß drauf. So. Hier schön rüberhüpfen. Die ganzen Zombies ficken hier. Komm, ich fix sie. Ja, schön ballern jetzt. Schön die Zombies wegballern. Ja. Und in den Kopf. Komm. Ja, ja. Komm mal her hier. Komm, komm du her. Komm doch her. Ja, ja. Ich mach die Platte hier. Komm. Ach, das ist Auto. Ich hab schon wieder keine Munition und weiß nicht, wie ich nachlad. Alles klar. Wir haben ein Auto. Wir sind nicht so weit hinten. Ich hab ne geile Frisur. Guck mal. Okay, wie fahr ich denn jetzt? Ein bisschen was. Okay. Ach, du fährst? Ich weiß nicht. Da steht irgendwie, ich soll irgendwas machen. Nix. Okay. Ja, jetzt. Ich mach's einfach mal. Ich weiß nicht. Ach, da. Ja, nimm's. Nimm's doch. Okay. Okay. Ja. Ja. Jo. Direkt. Okay. Mega schlecht gefahren. Aber geile Frisur. Ja, nimm dich zurück. Entspann dich, Jay. Entspann dich einfach. Wie soll ich mich entspannen? Genieß die Fahrt einfach. Genau. Oh Gott, Zombies überall. Kann ich jetzt steuern? Nee. Kann ich jetzt wegklicken? Nee, das ist so. Nee, das ist so. Ah, da haben wir noch Bock drauf. Ist doch geil. Guck mal. Ist jetzt richtig geil. Ah, da war mein Baseballfield. Woah! Da ist ein Zombie einfach runtergekommen. Der war immer auf dem Auto drauf. Uiuiui. Hä? Wir sind jetzt tot. Nee. Police. Er hat meine Frisur ruiniert. Ich muss raus aus dem Auto. Jay, du siehst geil aus. Hat er gar nicht. Die Frisur ist dieselbe. Doch. Das sind Nuancen, die du nicht erkennst. Okay, da geht's nicht lang. Da ist Feuer. Okay, doch. Hier muss man lang. Hier in den Gully rein. Zack. Komm. Wie geht's hier rein? Hüpfen oder so. Hallo, wir wollen den Gully. Ich will in den Gully rein. Müssen wir hier lang gleich. Wo denn? Wo bist du? Da, doch. Wir kommen hier in den Gully rein. Wir sind hier in den Gully rein gekommen. Ja doch. Ach da. Okay, wir müssen wieder zusammen machen. Ja, weil noch gar nicht alleine in den Gully steigen. Nee. Geht natürlich nicht. Völlig unrealistisch. Oh oh. Noch mal ein Zug? Nee. Nee. Aber der sah so aus, als würde er explodieren. What? Wie ist das denn passiert? Ich bin gleich da. Oh, what you doing? Oh no, you're dying. Oh nein, das ist mega dumm. Hier komm, ich box dir auf die Brust. Jetzt geht's dir besser, oder? Okay, scheiße. Ja, viel, danke. Du bist auch am Arschen. Nee, bist du nicht? Oh, scheiße. Nee, aber... Ich muss jetzt mal ein bisschen ballern, weil... Baller. Ja. Da liegt irgendwie eine Pflanze, ne? Oh, die will ich haben. Ja, nimm sie dir. Kann ich jetzt kombinieren vielleicht schon? Nimm sie. Ja. Kombinieren. Krautgrün. Kann ich auch noch einen Behälter lagern. Aber du kannst ihn doch jetzt nehmen, nicht? Wie denn? Oh Mann! Oh Mann, ey. Nur wegen dem fetten Menü, ey. Okay, komm. Wir sind unter Strom hier. Ah. Vorsicht, AJ. Die Schienen. Äh, Jay. AJ. Vorsicht immer, AJ. Die Schienen sind unter Strom hier. Warum waren da jetzt unter Strom und jetzt auf einmal nicht mehr? Ich renne hier lange, ich scheiß drauf. Hier ist rot, da muss ich hin. Da kommt ein Zug. Nee, da ist ein Zombie. Äh, headhurt. Da ist überall ein Zombie. Oh, ich hab keine Munition wieder. Ich weiß nicht, wie man nachlädt. Wie lädt man diesem Scheißspiel nach? Oh, ich bin gleich tot. Mit Rechteck. Ja, nee, aber es funktioniert nicht. Dann hast du keine Munition. Ach, stimmt. Da steht ja auch Null. Hast recht. Dann mach ich dich halt mit Füßen hier. Ah, Scheiß-Zombie. Wo bist du? Können wir helfen? Du bist ja ganz da hinten. Sind wir beide in die andere Richtung gelaufen? Wie? Man kann nicht in eine andere Richtung laufen? Hier, komm mal zu mir. Nein, wir müssen noch da lang. Da seh ich doch. Ach so, stimmt. Da ist ja dieses Ziel. Du hast recht. Wir sind überall Zombies. Okay, ich komm. Wow. 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 Ich mach euch fertig. Ah. Oh, du hast Zug. Wow. Du hast gleich... Ich dachte kurz, ich sterb. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, warum ich noch lebe. Okay. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, wir müssen kurz... Machen wir bitte Pause, damit es fair bleibt. Ganz kurz, bitte. Wir sind gerade in einer hektischen Szene. Warte? Okay. Wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen. Bleibt einfach dran. Es ist das größte Chaos, das ich jemals erlebt habe. Ganz ehrlich. Ich hab das Gefühl, ihr seid... Die sind einfach ungefähr 100 Kilometer schon... Die sind schon in einer anderen Stadt. Vollkommener Quatsch. Vollkommener Quatsch. Das ist glaube ich. Wir sind gerade überfahren worden. Das habe ich vorhin bei euch schon gehört. Ungefähr vor 20 Minuten. Ja, aber wir sind da auch schon nochmal gestorben. Okay. Also, es bleibt spannend. Und bis gleich. Bleibt dran. Nach der Werbung hier bei Couch on Couch. Es ist ein, ich würde sagen, episches Couch on Couch, wo wir auf jeden Fall überhaupt nicht wissen, was wir machen. So, mehr oder weniger. Ich weiß, was ich mache. Und ihr habt das Gefühl, eventuell, Ben und Nasti sind so ein bisschen weiter vorne. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube nicht. Wir sind ja gerade gestorben. So geil lief es bei uns auch nicht. Und im Grunde ist doch die Idee... Wir sind gestorben. Ja. Ja, ja, doch. Wir sind glaube ich fast gleich auf. Ich habe ja euch nicht mehr gesehen, wo ihr seid. Aber wir sind beide in diesem U-Bahn-Schacht, glaube ich. Da sind wir auch. Ja, eben. Bis das was sterben heißt dann wie, müsst ihr dann bei einem anderen Checkpoint beim nächsten... Ja, dann wirst du am letzten Checkpoint nochmal anfangen. Genau. Zurückgesetzt. Das geht. Okay. So spielen wir das. Also auf die Zombies scheißen? Genau. Möglichst schnell zu diesem weißen Icon kommen. Das war eigentlich... Also kein Spaß. Genau, das war eigentlich Jays Rede. Am Anfang nicht. Am Anfang warst du so... Nee, am Anfang warst du durchreden. Dann hab ich so... Lass doch mal ein paar Sachen aufsammeln. Jays so, naja, wir räumen da durch. Und dann auf einmal warst du so, ich sammle dir Sachen auf. Hier ist eine Pflanze. Ja, irgendwann habe ich es aufgegeben. Weil ich dachte, die sind sowieso schon so weit, dass wir es eh nicht mehr schaffen. Ja. Okay, also es ist relativ gleich auf. Es macht auf jeden Fall Bock. Keine Ahnung. Wir spielen jetzt auch mal weiter. Und ich würde sagen, bei 3, 2, 1... Los! Oh, ich weiß gar nicht, was... So, wir sind im Schacht und... Ich zertret gerade ein Zombie. Okay, alles klar. Ich mach die Stimme schon mal auf. Okay. Ach scheiße, wir sind zu zweit hier dann. Ja, ich komm. Okay. Ey. Ich hab auch groß. Nee, sorry. Aber er riecht ziemlich gut. Ein Zombiehund. Was hinter mir her? Du bist viel weiter vorne als ich. Okay, pass. Das ist ein Zombiehunde bei mir. Kontrollpunkt erreicht. Nice. Habe ich? Ah! Ah! Okay, ich helfe dir. Wo bist du? Schnell! Ah, zu! Wir müssen uns heilen. Oh, wir müssen uns heilen. Zu, pass auf! Habe ich. Wir müssen uns heilen. Ja, heil. Okay, pass auf. Jay, du und ich, wir heilen uns jetzt. Wie geht das jetzt? Mit R1? Ja, mit R1. Ich muss was basteln. Warte, wie geht's nochmal dreieck? Ich hab aber keine Dinger. Ich hab keinen Scheiß. Hier liegt was. Okay, ich brauch irgendwie Scheiß, damit ich mich heilen kann. Ähm, ich kann mich nicht heilen. Wie, du kannst dich nicht heilen? Ne, ich hab kein Zeugs. Ich auch nicht. Aber ich hab nur drei Punkte. Du hast nur einen. Ist hier Zeugs? Warte, hier ist, hier sind hier liegen Sachen. Einfach durchrennen, sag ich dir. Okay, Fähigkeitspunkte hab ich aufgesammelt. Was auch immer das bringt. Fähigkeitspunkte? Oh, oh. Elektro-Zombie. Ah! Ah! Elektro-Zombie! Ja, guck doch! Ah! Ich weiß nicht, wo du bist! Ah! Oh! Ich bin tot. Ah, scheiße. Okay, wir sind ... Kannst du das überspringen? Mit dem anderen? Mit dem Start? Ja, es muss doch der selber immer sein, oder? Nee, das ist doch der hier. Ist immer eigentlich der. Nein, es ist der! War doch vorhin auch schon. Fortsetzend, ja. Nee, nee, der Weg hier lang. Der Pfeil zeigt doch da lang. Achso, wie? Es gibt ja hier diesen ... Ja, den M1. Ah, okay. Ah, das ist diese Schattenszene, die ich meinte. Ah, okay. Ich wusste nicht. Irgendwie hatte ich das gefühlt. Trailer-Material. Paul, also ... Junge. Jetzt kommen die soweit angewandte kleinen Kackis. Kann auch nix. Kann auch nix. Ich hab ein geiles Messer. Oh fuck. Ich reich den einfach auf. Das sind viele. Weich den aus. Weich den aus. Ich væreich den aus, doch klar. Haftung, Entzug. Was wurde? Was? War ich das? Achso, ich dachte, das ist wieder Quicktime-Event. Ich hab gewartet. Ja, excuse mal. Oh, wie dumm. Ich hab's noch nie gespielt, was soll ich denn machen? Das ist eine riesen Überraschung. Elektro-Zombie. Wie bei Player Unknown, dass man irgendwie Munition droppt? Geht das? Nee. Weil ich kann nicht schießen halt, ne? Okay. Mach das mal. Du hast ja dann... 39 Schuss. Oder 39 Magazin hast du sogar. Hab ich? Ja, steht da oben links, guck mal. Ich hab null. Oh, oh, da steht auch. Hä? Wieso wirft sie sich auf den Bogen? Ich hab die ganze Zeit so Fähigkeitspunkte, ich weiß gar nicht, was das bringt. Alter, jetzt ver- stirb doch mal, du! Oh nein, scheiße. Das zieht voll ab. Oh! Ich weiß nicht. Bist du tot? Ich glaub schon, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Schieß den mal ab? Ja, da bin ich vorhin auch gestorben. Schieß den mal ab. Ja, ich schieß ja. Hä, was macht die denn? Wieso wirft sie sich immer hin? Was sind Fähigkeitspunkte? Was bringt mir das? Ich brauch Munition! Alter, jetzt stirb doch! Ich sterb, ich werd die ganze Zeit hier ... Ja, da ist doch, da muss man vielleicht irgendwie einen Knopf drücken hier vielleicht oder so. Ich geh mal hier hoch. Ja, mach das. Da müssen wir auch hin. Okay, alles klar, wir müssen da hin. Aber ich weiß nicht, wie ich nachlade. Ich weiß nicht, also wie ich irgendwie ... Du legst doch hier nach. Ja, das ist mir schon klar. Aber du hast keine Munition. Ja, aber ich krieg immer nur Fähigkeitspunkte sammle ich auf. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Du bist wieder auf das Untere gekommen. Ne, ich bin auf das ... Ja. Wo ist denn ... sind hier Fähigkeiten irgendwo? Nein. Okay, jetzt kommt der scheiß Zug. Was müssen wir hier machen, ey? Ich weiß es nicht. Gibt's hier ne Einbuchtung oder so? Bleib mal hier stehen. Du, du warst das. Wo standst du denn? Aber ich stand hinter dir direkt. Mann, ey. Sonst müssen wir auf die andere Seite. Gehen wir auf die andere Seite. Ja, müssen wir. Nach dreimal gilt das als bewiesen. Und dann ... Check ich's nicht mit dem Zug. Und da laufen wir einfach links. Mhm. Dumm Kerl. So dumm. Vor allem sind wir einfach außen gelaufen, wir können gar nicht getroffen werden. Ach so, der Chef. Ja, mit der Frage die Logik auch nicht weiter. Es ist einfach ein toller Mumpitz. Okay, links, ja? Dann müssen wir mal links. Wahrscheinlich muss man sich einfach umgucken, tatsächlich. Oh, komm, 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 komm! Ja, der kommt von hinten. Man sieht das Licht hier auch. Links. Jetzt kommt er vielleicht von der anderen Seite. Dann müssen wir wieder rüber. Dann komm hier rüber. Hier ist ne Lücke. Ja, ja. Ja, wir rennen durch. Ja, wir rennen durch. Scheiß drauf. Wo bist du? Bist du schon? Ich bin schon durch. Ach, du bist schon durchgerannt. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Okay, wir sind noch fahren worden. Hä? Der kam von hinten. Ja, aber du bist auf den Schienen gelaufen. Bin ich gar nicht. Ich bin neben den Schienen gelaufen. Okay. Das war jetzt um. Oh, komm, du bist ja voll weg geworden. Oh! Okay, ich bin soweit. Ich muss ja ein kurzer Beut. Okay. Du sollst sie sehen? Und ein Null? Und ein Null? Wo sehe ich denn, wie viel Schluss? Und ein Bredd waschen. Wo muss ich da nochmal? Ah, da! Du hast nicht wie in die. Ah, das ist die gute Leise. Schatz, ich muss einfach warten, ne? Okay, voll in mein Gesicht geöffnet. Alter, das Messer ist so viel geiler. Nicht wahr? Gut, Leon. Ja, ich weiß ja. Gut, Leon, schneller. Schön. Das ist so krank dunkel. Helena. Ja, ich bin nur da. Hier, guck mal runter, ich hab mir überlegt, ich hab sie Sturm gebraucht. Vorher, wenn es aussehen, hab ich nicht viel Luftfluss. Ich verstehe, ich hab nicht viel Luftfluss, ich verstehe. Ach, jetzt sind die. Ah, die hast du mir gegeben, geil. So, hab ich die jetzt aufgeladen? Kann ich jetzt nachladen? Ja, aber vielleicht ist das für das andere Gewehr. Ich hab nur eins. Da hast du die Pistole, da hast du sechs Schuss jetzt. Ich hab ja nur das. Jetzt lasst du mal. Ich hab ja nur das. Das geht nicht. Ich raff das nicht. Ich raff's überhaupt nicht. Ich raff's wirklich gar nicht. Ah. Oh. Gott. Alles voller Zombies. Wir müssen einfach wegrennen hier. Ja, hier ist man durch. Ein Zug. Aber jetzt kommt ein Zug. Von hinten. Oh, das gibt's wohl nicht. Aber jetzt kommt nicht mal diese... Oh, ey, Leute. Was soll das? Ich check gar nicht, wie man nachnäht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich raff's auch nicht. Ich verstehe nicht, warum es nicht einfach ganz normal ist, wie bei normalen Spielen. Du hast Munition, drück das und lad nach. Wir checken das jetzt. Wieso kannst du nicht nachladen? Du hast... Ich weiß nicht. Ich hab, guck mal. Ich sehe das hier. Es steht null. Brennergranate brauche ich hier nicht. Dann habe ich jetzt hier taktisches Sturmgewehr. So. Ich habe ja nur ein Messer oder taktisches Sturmgewehr. Also ich habe hier... Ich verstehe es überhaupt nicht. Und ich habe das. Und ich habe nur die paar Schuss. Okay, ich habe... Okay, pass auf. Wir machen es jetzt diesmal so. Wir rennen jetzt einfach komplett. Scheiß auf. Ja, das habe ich vorhin auch versucht. Aber dann hat mich der Zug auch eingelischt. Wir machen es nochmal. Rennen einfach. Wo sind die denn? Oh, die sind schon viel weiter schon wieder. Natürlich sind sie schon viel weiter. Ich habe noch ein paar Schuss. Alter, die werfen sich auf dich. Geh mal in die Mitte. Da kommt der Zug nicht hin. In die Mitte. Zwischen den beiden Schienen. Nicht da außen. In der Mitte. Da, wo ich bin. Bleib mal hier. Bleib mal jetzt kurz hier stehen einfach. Lass ihn mal durchfahren. Was passiert jetzt? Hä? Du warst da auch mit mir in der Mitte. Vielleicht muss man da schneller sein als der Zug oder so. Ja, wir werden immer überfahren. Linkslaufen? Das ist ja bescheuert. Okay, linkslaufen. Ja. Das gehört linkslaufen. Seid ihr bei dem Zug? Ja, da sind wir schon länger weiter. Okay. Linkslaufen, okay. Ja. Die Idioten sind doch bei dem Zug. Wir sind ja dreimal gestorben bei dem Scheißzug. Ich bin es so krass von Zelda gewohnt, dass ich nicht die ganze Zeit auf Rennen drücke, weil ich immer denke, meine Anzeige wird gleich... Ich laufe jetzt ganz links. Ich muss aber hier ein paar abschließen, weil sonst wird es zu viel. No fun, no fun, wisse Kathedrale. Wir müssen da links, wir müssen links. Links? Nee, geradeaus, rechts. Sorry. Alles klar, eine der drei Richtungen. Oh, guck mal, hier ist sie ja in Madame. Oh, Madame. Oh, ist keine Madame. Nee. Okay, krasser Motorrad-Guy. Ist gerade aus Trials gekommen. Okay. Okay, und jetzt? Ja, und... Ach so. Okay. Ich lhe grad voll gepennt. Wir müssen dann, glaub ich, irgendwie hoch oder so. Da ist oben so... Ich komm erst mal zu dir. Hä? Okay. Kommst du das irgendwie aufmachen hier? Ich konnte hier was machen. Komm mal her. Komm mal her. Hier kann ich was drücken. Ja, dann kannst du runterspringen. Nee, ich kann hier das hier machen. Guck mal. Mit Kreis. Okay. Ach, gut. Siehst, ich kann dich hoch. Genau. Alles klar. Leon. Dann komm ich jetzt selber hoch oder nicht? Ja, jetzt komm ich dann runter. Vielleicht kannst du mir aufmachen oder so jetzt die Tür. Ja, wahrscheinlich. Ah! Okay, mach sie fertig. Komm, fix sie. Jay, du bist geil. Ich dreh von außen einfach gegen die Tür. Ist mir scheißegal. Ich dreh einfach von außen. Okay, scheiße. Oh, ich muss schnell wackeln. Die Tür kann ich denn jetzt auch machen. Hier. Ja, genau. Die hier. Jetzt. Ich komm. Ja, wir ficken die jetzt. Schnell. Ballern. Weiter. Schön U-Bahn ballern hier. Kopf weg. Ciao. So, ich will rennen. Da drüben ist Munition oder sowas, oder? Egal. Scheiße, Munition. Du kannst eh nicht nachladen. Ich kann eh nicht nachladen. Hahaha. Wie geht nachladen in diesem Spiel? Aber kann er mir welche geben? Wie bei PlayerUnknown? Ja. Was brauchst du denn? Was brauchst du denn? Ja, Munition. Kaliber 10, äh, Schrot oder? Äh, nee, das gelbe. Genau das. Hab ich dir jetzt gegeben? Hast du es jetzt? Ähm, ja. Hast du mir gegeben. Geil. Jetzt hast du mir gegeben. Und jetzt lad ich mal nach. Ja, mach mal erstmal die Tür. Warte, warte. Ah, okay, wir haben eine Lernkurve. Sehr, 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 sehr. Oh, jetzt kommen gleich so große Bloobies und so. Oh nein, Bloobies. Ich wende sie gerne Bloobies. Ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen. Ich habe gesagt. Okay, Bossy-McBoss-Boss. Aber kommt echt auf Weitestegende. Über Leichen stolpern, das ist mein Ding. Ich habe den Best Burrito auf, warum wir mit Jay spielen. This is the best burrito I've ever eaten. Jay ist voll drauf. Okay. Jetzt links oder rechts? Jetzt gefällt es mir. Ach ja? Ja, du leitest es gut an gerade. Finde ich geil. Ich bin voll in deiner... Ich bin unter deinem Kommando gerade. Ich laufe erst mal komplett gegen die Tür. Knopf. Immer muss man auf den Zug warten. Und hier steht einer ganze Zeit bereit. Ja, scheiß BVG. Oh. Hä, was ist denn jetzt passiert? Du hast mich gerade gebittschleppt. Was? Tollpunkt. Okay. Jetzt kommt der Dutz raus. Tür rein. Sagt, ja, du bist ein... Die ist nicht cool. Die... Irgendwas ist nicht cool mit der. Nein, nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Was macht die denn? Die macht die Tür auf. Jetzt kommen da Zombies raus. Okay, schon mal. Ich schieße jetzt mal ein paar Mal. Ja, die Altes sind es egal. Ja, nehmt die. Nehmt die. Ist mir egal. Okay, durchlaufen. Ich laufe durch. Ja, ein paar Hedgeheds muss ich schon verteilen. Okay. Oh, die haben so... Oh, der spuckt so einen Scheiß raus. Ich laufe durch. Ich will noch ein paar Hedgeheds verteilen, aber jetzt laufe ich auch. Okay, macht's gut, ihr Idioten. Ich bin weg. Bist du schon weiter weg? Ich bin schon an der Tür. Okay, alles klar. Sorry. Ein paar Kills wollte ich noch machen. Okay, hier. Ich höf drüber, weil ich cool bin. Geil. Alles klar. Ich hätte auch durch können, Jay. Aber nein, ich höre zu drüber. Okay, ich muss an die andere Seite, weil sonst geht's nicht. Okay, wir kommen rein, finde ich. Wir haben das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir kommen gerade rein. Ja, ja, ja. A.K.A., du bist schon längst drin, ich komme langsam nicht. Die sind schon bei Garnon. Ja, echt. Viele. Ja, ich weiß. Aber nicht zu viele für mein geiles Überlebensmesser. Brauchst du Hilfe? Ich habe es schön, dass man den Kopf abgeschnitten hat mit so einem kleinen Messerchen. Alter, das Messer ist mega OP, oder? Das ist viel besser als die Pistole. Oh, ich habe den großen Mann böse gemacht. Ey, wo sind wir, wo bist du denn jetzt gerade? Weil irgendwie werden es immer mehr, komischerweise. Wo bist du denn? Ich muss mal jetzt ein bisschen ballern. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Okay, gut. Okay, alles klar. Ich habe den großen Mann böse gemacht. Komm mit. Oh, da ist er. Er hat mich angeschrien. Nimm das, Mann. Wo ist denn so? Klatzt der? Ja. Oh, echt? Du musst so schön in seine Blase schießen. Alles klar. Immer in die großen Blubberblasen schießen. Wenn es rot ist und blase ich immer rein. Alles klar, das merke ich mir. Und im Spiel. Welcher Leiter? Feuer, auf der Straße, Leiter. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Das errate ich nur durch die Soundkulisse. Oh, der hat einen geilen Bodyslame gemacht, ey. Wie beim Wrestling. Du musst mir wahrscheinlich nicht. Ich muss irgendwas machen. Okay. Fuck, ich habe mich wieder bammert. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber auf jeden Fall irgendwas ist dramatisch. Links. Rennen. Einfach rennen. Hier durch. Komm, das sind wieder Elektro-Zombies. Die wollen wir nicht. Nee, das sind Feuer-Zombies. Feuer-Zombies diesmal. Scheiß drauf. Auch egal. Durch. Zack. Okay, unsere Taktik ist klar, Jay. Wir werden nur noch rennen. Okay, da hast du jetzt voll in die Luft getreten. Äh, Leiter, Leiter. Okay, geil. Hier oben ist ein Widow. Den habe ich tot gemacht. Alles klar. Wir müssen das runterschieben jetzt hier. Ja, geil. Jay, jetzt läuft's. Schieb's runter mit deinem geilen Arsch. Und da ist die Brücke. Hammer. Hier, weiter hoch. Nee, hier hoch. Okay, jetzt rüber. Wir müssen es überhaupt runtergeschoben haben, wenn wir da gar nicht rauskommen wollen. Weiß ich nicht. Und jetzt? Hier runter. Geil. Alles klar. Da fällt einer weg. Schnell. Oh! Wir händen, ja. Was war das denn? Du musst mir helfen. Wo bist du? Da. Da machst du. Zurück, zurück, zurück. Da liege ich. Okay, äh, da. Ah, ich rette dich, komm. Ja, ich hau dir was auf die Titten. Voll auf die Möpse. So, warte mal, ich esse jetzt was. Headshot. Okay, ähm. Durch die Tür. Okay, ich weiß nicht, wie weit die vorne sind. Ich glaube, gar nicht mehr so viel. Nee. Obwohl, das habe ich bei denen, glaube ich, schon vor zehn Minuten gesehen. Ja. Wir können jetzt taktisch sterben. Habe ich danach volle Power? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen ihnen helfen. Komm, ich bin mal ein bisschen offensiver. Vielleicht passiert es ja. Oh nein, ist das Messer im Arsch ne? Müssen wir schnitzeln? Okay, geil. Ist klar, die Wrestling muss. Oh, was ist denn los? Boah, ich bin mal endlich. Oh. Halte. Wie kann ich denn die Axt nicht machen? Wir müssen wahrscheinlich den Großen zuerst baggern, oder? Oh, jetzt bin ich wieder an seinen Schrei reingerannt. Ich auch. Ich bin so dumm, so. Jetzt sehe ich ihn nicht. Ja, komm, ich bin eh im Arsch. Man, am besten wäre es doch recht, wenn ich verrecke jetzt, oder? Hilfe! Hilfe, bitte! Hilfe, Hilfe, bitte! Geil, die sind tot. Die sind tot. Kannst du mal aufmachen an die Tür? Nein, kann ich nicht. Wie geht das? Den Schlüssel brauchen wir. Finde den Schlüssel. Okay. Ich muss erst mal hier den Zombie durch die Tür. Oh. Die Wacht doch bestimmt auf. Ah, geiler Jay. Wetten, die Wacht jetzt auf. Erreichen Sie die Kathedrale. Nein! Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal ist hier alles voller Zombies. Wo bist du? Oh, da ist er. Ich habe doch den Schlüssel jetzt. Oh, ich habe die Blendkarte ausgewählt. Ich schmeiße jetzt mal eine. Ich will mal sehen, was da passiert. Werde ich selber geblendet von der Granate? Nee. Ich kann nachladen. Ich bin gleich tot. Okay, kann ich dir helfen irgendwie? Ja, ich bin an der Tür mit dem Schlüssel. Okay, warte, warte. Wenn du dich erinnern hast. Ah ja, genau, okay. Jetzt bin ich da rein. Hier ist wieder Munition. Das ist ein Zombie mit Rass. Oh, Schrotflinte! Oi, 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 oi. Ich habe eine Schrotflinte, geil. Bist du angriffen? Nee. Nee. Lecker, aber das ist jetzt ein Super-Zombie. Oh, der ist hart. Der ist richtig hart. Jetzt wird schieße. Okay, ich habe einen Schrotflinte, Mann. Wir machen den. Wir machen ihn fertig. Aber da kommen andere auch noch. Ja, toll. Okay, warte mal, was machen wir? Wir gehen hinterher. Ja, ein da. Ein da. Ja, der wird geil gefickt. Weiter. Gehst du da schon links? Nee, ich würde eher hier links gehen. Komm, alle hier wegtreten. Was war das? Oh, scheiße. Irgendwas passiert hier gerade. Ich bin fast tot. Ich muss mir wieder helfen. Warte, warte, warte. Ich muss gerade kurz. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Wo bist du? Ich habe dich. Und in die Titten rein. Dack! Alles voller Zombies. Egal. Erstmal aufnehmen. Schön. Wir machen die. Ich habe die alle. Ich hole die Schrot jetzt raus. Jetzt wird geschrotet. Nein, du bist gestorben. Du bist gestorben. Box setzen. Sehr klar. Cooler Slam. Sind wir jetzt der Anführer? Sind wir jetzt der Anführer? Ja. Komm, lass uns hier in die Ecke gehen, dass du wieder überfahren siehst. Aber hier fährt das Auto doch nicht lang, oder? Nee, ich stand vorhin hier. Komm lieber her. Okay, wo bist du? Da drüben, oder? Wollt ihr her? Ich bin da. Hilfe! Hilfe, bitte! Wollen Sie auf die Heule schießen? Ha! Oh gut, sie hat es gesagt, wenigstens. Auf die Köpfe ziehen! Wollen Sie auf die Heule schießen? Da kommt es, okay. Ja. Ist da. Okay, können wir jetzt endlich mal... Nämlich finde ich auf den Kopf schießen ziemlich unbefriedigend, weil er gefühlt nie in den Kopf trifft. Jetzt kann man da hinziehen. So, können wir jetzt endlich weiterhauen? Das wiederum ist sehr befriedigend. Das zerstampft. Ja, finde ich auch. Was kam da jetzt? Weiß ich nicht, da kommt jetzt mal einer. Hey, Schrot ist der Hammer! Hier müssen wir rüberspringen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Du musst hoch. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte mal kurz checken. Du musst zu mir. Okay. Ja, ja, ja. Jetzt? Da, zu diesem Ding. Da, zu dem Rand. Ah, okay, du bist schon in... Ah, okay, die hat schon Anlauf genommen, oder was? Ui! Oi, 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 Jay! Was, was, was bist du denn so athletisch? Du warst cooler, guck mal. Oh, nee, das war dumm. Scheiße. Ich muss dann nochmal hoch jetzt. Oh, Mann, das war richtig dumm. Ich bin runtergedings, aus Versehen. Ja, du musst jetzt da wahrscheinlich... Ja, ey, hier sind alles von der Zombies, warte. Ich renne einfach durch, ich fickt euch alle. Ich bin die Treppe hoch. Den tret' ich noch weg hier. Dauert alles viel zu lang, scheiß drauf. Wie komme ich jetzt da rüber? Ich mache dir so gleich die Tür auf, hier. Wie gehe ich jetzt da rüber? Du musst jetzt zu mir... Durch die Tür hier, ich habe sie jetzt aufgemacht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt rüber springen soll. Nein, du musst unten durch die Tür. Ich habe sie da jetzt aufgemacht. Ah, du bist alleine rüber gesprungen. Ah, okay. Ich dachte, ich muss auch springen. Ja, das Teamwork nennt man das. Oh Gott, wir sind unsere. Ah, okay, Koop, alle. Geht, geil. Ich bin doch fast über die Bar gesprungen. Was ist denn jetzt? Sollen alle töten, ha? Jus. That's the dealiole. Wollen wir hier rausgehen? Nee. Ich will ja nicht mehr. Smack. Okay. Kannst du früher sagen, dass du gestorben bist? Das wäre echt gut. Geil, ey. Ich bin lieber ein Zombie. Oh, da waren auch Menschen gerade dabei, ne? Okay, der Typ ist weird. Hier ist Munition. Ich kann doch mal nachladen, geil. Wir machen aber so. Wrestling Move. Hast du gesehen? Den Wrestling Move, ey. Das ist Munition. Jetzt schreit er wieder. Ich bin überfahren worden aus dem Nichts. Da kam einfach ein Auto. Was soll ich machen? Wie soll ich da ausweigen? Da kann man einfach ein Auto aus dem Nichts. Ich weiß das nicht. Alter, ich kann halt auch leider nichts. Wow, was war das? Alter. Ja, ist gar nicht lange her. Ja, genau. Nee, ist wirklich nicht lange her. Was soll denn das? Jetzt gehen wir schnell alle wegpompen. Ich hab die Schrot. Ich mach alle, ich schrot alle weg. Hier ist ein Bulle, der ist cool. Bleh. Ich geh mir zu, oder was? Wo sind wir denn da unten? Wollen wir hochgehen? Ja. Ja? Nee, da müsste der Typ uns auch machen. Wir sind auch nicht oben. Ich kann leider auch nicht sehen, wer da draußen steht, weil das so dunkel ist. Nee. Warum ist er denn jetzt draußen? Was ist denn mit ihm falsch? Oh, und erstmal wandelt er sich. Okay. Was war das? In Deckung soll man wohl gehen. Deckung. Oh. Mach jeden alle hier. Der Rote ist wahrscheinlich der richtig miese tut, ne? Der Rote ist der richtig, ja. Okay. Der macht keinen Fun. Oh, bist du... Oh, okay, gut. Warte, wo bist du? Du Heiliger, Bindam. Ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, ob ich tot bin, oder ob ich hier... Ich hau dir auf die Brust, warte. Ach du, wie eine Scheiße. Naja, ich hab nix mehr. Was ist er denn? Ich hab nicht jump in ihn hier. Oh, Scheiße. Mann, ich schieß grad den roten Blooby-Bloob ab. Oh, fuck. Oh, ich bin leider gebissen. Ich hab mir gar nicht. Oh, Alter, das ist ein Slow-Mo gerade. Wahrscheinlich, weil ich so am Arsch bin. Okay. Oh, Scheiße. Ist okay. Wir kriegen das hin. Wir wissen jetzt, wo er ist. Was er macht. Und wir... Ich nehm die Schruppe. Du hast auch eine Schruppe. Okay. So, haben wir es jetzt geschafft, oder was? Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Also, ich hab überhaupt keine Moni. Und ich hab auch kein Messer. Ich hab nix. Ich hab Moni. Ich mach alle platt. Ich hab einen Fähig-Bott-Punkt. Und hier liegt mir irgendwie auf die Moni. Sollen wir hier irgendwas machen? Ja. Wir sollten da irgendwas machen. Ähm. Okay. Ich bin einfach ins Öl reingelaufen. Alles in die Luft jagen. Okay. Hier. Folgen wir den Polizisten. Okay. Hat der gerade gesagt? Nee. Als wir gesagt haben. Was meinen Sie? Und er so. Nee. So hat sich das gerade angehört. Nee. Vielleicht war ich das. Okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie weit die anderen sind. Aber ich glaub, wir sind weit hinterher. Nee. Ihr seid doch voll nah dran. Wir sind auf dem selben Szenario gerade. Ich hab gesehen. Okay. Das kann glücken. Ich muss nicht für einen Meter hier oder so. Soll ich überhaupt hin? Soll ich da weitermachen? Nee. Ich bin hier. Komm her. Ein bisschen hoch. Was ist denn noch? Ist das schon ein Dodd oben? Alter. Oh. Ist der aus dem Fenster rausgesprungen in dein Gesicht rein? Einfach rein, ja. Wahrscheinlich kann man das auch prädikten. Aber ich kenne diese ganzen Animationen und ähm. Durch die Fenster rein wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Was hat man hier überhaupt? Die kommen durch die Fenster und müssen uns verteidigen. Ja, okay. Alles klar. Ich hau sie einfach rum. Okay. Bam. Wir checken hier nicht ganz, warum kein Wegpunkt ist. Also muss man hier die ganze Zeit einfach alle. Ja, okay. Okay, danke dafür. Hier ist Munition übrigens. Ja, ich hab's nur gelegt. Okay. Hast du? Ich will gucken, wie geht's auch mittlerweile. Kann ich hier irgendwas? Heilmäßiges? Ich hab doch irgendwas. Wo ist der rote Dud? Oh, da ist einer, der wenigstens schneller als die anderen. Der hier. Guck mal. Da kommt einer. Der ist heftig. Der hier. Der ist ein bisschen heftiger als die anderen. Oh, warum stellt sich denn der Polizisten Sack vor meine Nase? Okay. Ich bin jetzt mehrmals weggeballert. Also jetzt reicht's aber auch mal. Das ist halt dumm, dass wir uns der Munition teilen müssen, ne? Mhm. So, haben wir's jetzt mal? Jetzt können wir rauskommen. Jetzt kann man so ein bisschen offensiver sogar spielen. Er hat hier direkt am Fenster stehen und die ganzen Dudes wegknallen. Ja, jetzt kommt er. Ja. Jetzt kommt er. Da habe ich noch eine Granate oder sowas. wo ist er auch nicht das war jetzt schon an den du ab dich ich bin wo du ganz rot aber was ist wo ist der total cool Nein, das ist mit dem. Das mach ich doch schon die ganze Zeit. Das ist Pause. Okay, jetzt. Oh nein, ich sterbe. Okay, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Keine Angst, hab dich. Eine Sekunde war es noch. Schön Adrenalin auf die Tür. Wo ist er? Ach, da. Okay, der ist einfach nackt, mega unangenehm. Schön auf dem Kopf hier. Ja, du bist ein Arschloch. Der sieht aus wie diese plastizierten Dudes da von diesem Künstler, der immer diese Ausstellungen macht. Ja, von, wie heißt er, von, von, von Holgen? Ne, von ... Ich hab ein Vermin. Fähigkeits-, nutzen sie Fähigkeitspunkte und Fähigkeitszusammeln, will ich nicht. Ist mir scheißegal. Willst du dich ins Store gehen und irgendwelche Pokémon-Waffen holen? Was, Granaten? Wo? Ich hab keine Granaten. Ah! Ah! Bist du tot? Nee. Nö. Doch. Nein! Nein! Wer hat da irgendwas mit Granaten gesagt? Das ist wohl so eine Stimme. Huah! Oh. Oh, sorry, ich dachte ... Ich will gerade schon die Munition vor. Der Fresse weggelootet. Ich dachte, oh sorry, oh Gott. Alles meins. Oh, was hier? Was ist das denn? Oh, ich hab ganz viele Granaten und so eingesammelt schon. Okay, sehr gut. Das musst du nur noch rausfinden, wenn du dir einsetzt, dann können wir die bestimmt zu unseren Vorteilen nutzen. Ich glaub so. Guck hier. Uh, sehr gut. Drei Brandgranaten. Zwei ferngezündete Zündgranaten. Ähm, ich bin irgendwie in einem Kontrollpunkt gelandet und ihr seid alle nicht da. Oh mein Gott, ich bin ja hinter dir. Komm, wir hüpfen ... Ach nee, doch nicht. Hüpfen wir ihn nicht raus. Doch, oder? Hast du durchs Fenster gesprungen? Ja. Wie ein Wilder? Ich hab das Fenster natürlich erst eingeschlagen. Hm. Oh, boah. Du, 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 du. Kann man ihm nicht helfen? Nee, kann man nicht. Okay, dann stirbt er halt. Helfen Sie, ich gebe Deckel. Oooo, zwang! Äh! Wo sind sie? Könnt ihr mich nicht einfach mal kurz in Ruhe lassen? Ich muss mich wieder mit dem Messer ran. Oh, ich bin tot gleich! Oh echt? Ja, hilf mir! Ich versuch's mal mit der Brandkanade. Ich glaube, im echten Leben wär's nicht so smart, weil wir alle auf dem selben Dach sind, aber... Versuch's mal. Oh, ich musste mich halt irgendwie heilen, aber ich konnte nicht auf... Damn! Jawoll. Noch ein letzter Dude, der hat sich durchs Fenster gekrochen. Kommt hoch! Hier oben ist sicher! Wie immer bei Zombie-Filmen. Wir gehen aufs Dach! Ich hab ne Schrot! Und ich bin ein bisschen rassistisch! Aber es wird... Wer oben... Werden wir's oben klären! Bla 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 bla... Wie ist ne rote Pflanze? Die nehm ich mir direkt mal. Ciao! Gönn dir Sachen! Gönn dir Sachen? Alles was du siehst, einsammeln! Ich seh nix! Und schön nachladen. Ich hab ja noch nen Schot. Jetzt hier oben noch mal das Gleiche, oder was? Boah, das ist ja mega langweilig. Dieses durchs Fenster schießen ist ja wohl voll lame, oder? Diese Levels. Voll lame, ey! Ist ja wie so ne Arcade früher, so ab Mallorca. Fünf Euro eingeworfen. Nur ohne Lightgun, so quasi. Nur ohne besoffene Engländer. Ah! Der hat mich angekotzt. Wie benutze ich das? Also ich glaub nen Grimmelpreis kriegen wir heute nicht. Mit dem Spray kann ich uns beide auch feilen Zeitgleichen. Kann ich das machen? Ne, ich kann das nicht. Das war noch nem anderen Tag. Scheiß drauf. Also ich hab langsam Spaß. Ähm, was müssen wir tun? Ich hab nicht aufgepasst. Ähm, Freunde. Wir müssen einmal kurz Pause drücken. Na! Ich weiß, die sind grade alle mittendrin. Okay, wir sind auf jeden Fall eingesaugt worden grade. Wuh! Also uh, mal kurz durchatmen. Die, äh, von innen durchs Fenster hinaus Schieß-Level. Also ich liebe das ja. Da hätte man dran arbeiten können noch. Das ist ein bisschen lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen langweilig. Aber mal gucken, wie's nach der Werbung weitergeht. Da gibt's noch ne kleine Runde. Da geht's noch ein bisschen weiter. Und ähm, ja. Bleibt dran. Bis gleich. Haut rein. Machen wir kurz. Hallo! Willkommen zurück zur, ähm, sehr, ich weiß nicht, durcheinander geratenen Runde Resident Evil 6. Ähm, ich hab keine Ahnung grade, ehrlich gesagt, wer wie weit ist. Ich geh stark davon aus, dass Nasti und Ben ein Stückchen weiter vorne sind, ehrlich gesagt grade. Wir sind auf dem Dach von dem Gebäude, wo ihr wahrscheinlich noch drin seid. Oder? Also, wir können jetzt schon mal sagen, ähm, ich bin Donny. Ich weiß auch Sie von Chat2L. Und das ist Jay. Und, ähm, das sind Nasti und Ben. Und, äh, ja, wir spielen grad durch. Aber man kann ja auch mal, glaub ich auch, wenn man so ein Spiel mal spielt, auch mal kurz mal sagen, wie es sich so anfühlt. Ich hab's vielleicht gemerkt, also diese, ich glaub, uns allen haben nicht so unbedingt diese Stellen gefallen, wo man in so diesem Haus sitzt und dann nur durchs Fenster schießt, weil man die Geschwindigkeit ja selber nicht beeinflussen kann. Ja. Komm ich ja schnell weiter. Und bei Couch on Couch ist natürlich immer so, jeder will schnell vorankommen. Aber wenn man dann da drin ist, dann bist du halt so, ja, okay, der rote Dude kommt gleich und dann schießt du halt gegen die Fenster. Aber ich find's macht irgendwie trotzdem Bock. Äh, ich hoffe, euch auch zu Hause. Und deswegen spielen wir direkt weiter. Und wir müssen gleich, müssen wir eigentlich noch mal runterzählen. Komm, wir fangen einfach an. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Okay, irgendein rote Dude kommt vielleicht gleich. Ich check mal kurz, ob hier hinten gehen. Oh, hier gibt's Sachen. Hier gibt's schon weiter übrigens. Oh, hier gibt's schon weiter übrigens. Oh, ich hab hier so'n Schrank, äh, Schubladder hab ich aufgemacht. Was war das? Wow. Oh. Jetzt find ich's interessant. Ohhhh. Das sieht aus wie so'n Endgänger bei, äh, so'n Boss bei Diablo. Das sieht aus wie so'n Endgänger bei, äh, so'n Boss bei Diablo. Oh, oh, ich hab keine Muni mehr. Oh, der ist stark. Ah. Ich mach dich selber. Ja, vielleicht war das nicht so schlau, den einfach nur mit... Oh, oh. Kannst du mich retten? Du musst mich retten. Wo bist du? Du musst zu mir kommen und dann Kreis drücken. Nice. Danke. Perfekt. Ja! Jay, komm zur Rettung! Ich hab die Schrote, ich mach den jetzt schrotig. Ich schrot den weg, ich schrot den jetzt weg vom Boden aus. Ich muss nachladen, ich schrot ihn trotzdem vom Boden. Ich hab keine Muni mehr, scheiße. Oh Mann. Ich bin tot. Ja, ich hab versucht, den vom Boden noch wegzuschroten, dann musste ich nachladen. Okay. Kann sich auch so noch auf dem... Los, schnell! Und ihr habt auch stehen, ich höre. Ich höre richtig. Ich fühle mich das, oder? shell dir. Ich fühle mich nicht mehr, strecke. Die Macht care. Das war's für heute. Wir wissen nicht, wie wir diesen dicken, wir wissen nicht, wie wir den dicken Typen fertig machen. Draufballern. Ja schon. Okay, warte mal, draufballern, ja wie, ja viel draufballern, wir haben halt leider keine Munition, das ist unser Problem. Was haben wir? Ich glaube, wir haben nicht viel. Nach unten und oben müssen wir drücken, nach unten und oben im Digipad, okay, alles klar. Ich schieße dem eigentlich in den Kopf, jetzt habe ich schon wieder keine, oh, er kommt wieder auf mich zu. Und wieder ein Unfall mit dem Boss. Da hat gerade Munition geleuchtet. Munition hat geleuchtet. Oh. Oh, was müssen wir jetzt tun? Oh shit. Zurück! Warum kann ich denn nicht schießen? Ich muss mich mal heilen irgendwie, aber ich habe nichts mehr zum heilen. Müssen wir hier raus? Hier war was. Okay, Munition habe ich jetzt wieder. Schrot. Was ist das ein blödes Spiel, du? Schrot nachladen. Aber ich habe, hast du irgendwie Heilsachen? Ne, ne? Doch, bei mir geht es eigentlich. Ich habe irgendwie eine Heilsache. Okay, alles klar. Dann, ähm, muss man hier was machen? Ne. Weiß ich nicht. Wir haben doch eh verloren. Verloren? Zweiter Sieger. Ja, dritter und vierter. Und jetzt? Okay. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Weg. 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 Oh. Jetzt kommen die schon wieder von allen Seiten, oder? Oh, das ist schon wieder so ein fetter. Oh nein. Ich habe einfach eine Schrot. Pass auf, ich mache den Kopf. Ist das blöd. Wir schaffen das jetzt alle zusammen. Schon wieder keine Moni. Scheiße. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Lass ihn nicht rüberkommen. Komm, geh weg da, geh weg da. Geh einfach weg. Lauf mal weg. Ich habe keine Moni. Ich habe ein Messer. Ich mache es mit dem Messer jetzt einfach. Ah ja, so geht es. Der ist tot, der Dicke. Der Dicke ist weg. Das ging aber schnell. Ah. Okay. Ein Bus. Passiert was. Okay. Ähm. Ich kann nur Messern. Steigen Sie in den Bus. Wo ist der Bus? Ich messe einfach hier alle weg, Alter. Schnell runter in den Bus. Wer sind diese random Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Weiß ich nicht. Die sind mir sowas von egal. Die typische Zombie-Apokalypse-Kuh. Einzige, der mir wichtig ist, ist Jay. Ein älterer Typ, ein Schwarzer, eine Frau. Und eine blonde Frau. Okay. Wow, guck dir den mal an. Das ist ein richtig krasser Dude. Gibt Gas hier, Alter. Gibt Gas. Wir hätten viel Munition aufsammeln sollen. Ich habe nur ein Messer. Ich habe nichts. Ich habe keine Munition für gar nichts. Ich habe nur eine Pistole. Kann ich mich irgendwie... Okay. Oh, jetzt spuckt mich noch einer an. Ich habe nur eine Granate, oder was? Räumen Sie den dicken Borken aus dem Weg, Stitt. Oh, jetzt kommt auch noch so ein Fleischiger rein. Jetzt kommt auch noch so ein Fleischiger rein. Das ist total... Alter. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Wir haben gewonnen. Achso, wir haben gewonnen. Die sind schon viel weiter. Es geht noch weiter, leider. Ja, ja. Das haben wir auch schon gedacht. Da hatten wir auch gefragt, ob wir jetzt... Ja, schon. Okay. Helena hat auf jeden Fall die Gold... Kontrollpunkt. Hier ist auf jeden Fall wichtig. Oh, das ist ein Doggy. Du kannst hier Options drücken, dann geht es weiter. Ja. Okay. Na gut. Wollen wir? Ne, wir haben einfach weiter gedrückt. Wollen wir raus? Ja. Bist du bereit? Ja, der hat natürlich den Schlüssel. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja. Das könnte andersrum sein. Rot heißt, es kommt was auf uns zu. Ich dachte, rot heißt, wir müssen dem befolgen. Wenn's rot ist, dann bist du ja immer ein Gegner, oder? Ja, aber jetzt hat doch gerade der Hund den Schlüssel im Maul. Und den müssen wir doch besorgen. Deswegen ist das unser Ziel. Ja. Ich vergesse dich schon Gedanken beim Abendbrot. Abendbrot? Oh nein, ich fall schon wieder. Ach, nicht du und deine Gräber immer. Kommst du da raus? Ja. Such schon mal den Hund, ja. Du bist nicht schon wieder ins Grab gefallen. Oh, ich mach den Franke. Don't do so Franke. Ach so, aah! Das ist so random, dieses Hund. Ja. Das ist so random. Da ist der Key. Ach so. Gut, dann lass uns wieder zurück zum eigentlichen... Dann mal auf zur Kathedrale. Fall nicht in die Löcher rein, ne? Nee, das ist doch dein Job. Ich bleib jetzt einfach auf dem Weg. Ja, das ist das. Ein Hund. No, 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 it's a doggy. Okay. Konnt nix machen. Ja, ist okay. Okay, seid ihr geradeaus. Jetzt haben ein paar Pillen geschluckt, ja. Klar, Mann. Auf der Zeit macht das noch mehr Bock. Okay, ich hab keine Ahnung, was hier hat passiert. Okay, jetzt hier rechts, da wieder über die Brücke. Fast geschafft, fast geschafft. Wir haben's fast geschafft. Ich steck den Schlüssel ins Schloss und... Warum bist du denn so gegen mich gerutscht? Es geht nicht auf! Leon! Leon ist... ...angewittert! Leon! Oh no, jetzt sind wir getrennt. Oh mein Gott! Leon! Alles okay? Leon! Ich will nicht von dir getrennt sein. Ich auch nicht, Nastasia. Oh Gott, ich bin echt gerade der größte Spongo, den es gibt, ey. Ja, ich auch. Ich kann nicht gegen diese Hunde kämpfen, das tut mir sehr leid. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Sie sind tot. Sie stehen nur noch aus Blut. Sie stehen nur noch aus Blut. What? Warum schwabbelt der Hund denn so weg wie ein Gummibärchen? Was ist denn da los? Oh, das ist ein großer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich würde dir gerne helfen. Oh Gott, oh Gott. Nicht doch falsch. Oh, muss ich jetzt wirklich noch Skill zeigen? Oh mein Gott. Bei mir ist... Oh Gott, bei mir ist ein Schrei, Schruh, Schrei, Schrei. Mhm. Ja, man kennt sie. Aber er ist einfach panisch an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, er hatte auch Angst. Ich würde gern zu dir rüberkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das möglich ist. Ich glaube, wir müssen erst an eine Stelle, damit wir uns wieder begegnen. Oh nein, der Schrei, Schruh. Also ich folge dem gerade. Hast du gerade Anführungszeichen gemacht? Ja, ich komme da nicht durch. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich da jetzt reingehen kann und dass das dann weitergeht. Aber meine Animation wurde abgebrochen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht das Spiel jetzt. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha! Hm, 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 hm. Entschuldigung. Wie denkt... Oh Gott, nein, nein, lass mich! Ahh, Mami, Mami. Warum sind denn hier nur kleine Clippies? Oh Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Muss ich den töten, oder was? Ich check gerade nicht so richtig, was meine Bestimmung ist. Fahre ich lang. Ist es okay, wenn ich gleich sterbe? Oh nein, bitte nicht. Ich versuche gerade... Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oh, goddammit! Friss diese scheiß Granate, du dummes... Okay. Ja, ich sterbe jetzt einfach. No, I'm on it. Oh no, I'm not on it. Ich glaube, das wird nichts, oder? Das ist ziemlich schwierig. Aber ich habe ihm seinen scheiß Blubber weggeschossen. Komm, ich habe sie alle weg. Komm schon, komm schon. Komm schon, du musst es schaffen. Ich bin gleich da. Ist etwas Grünes, kann ich das irgendwie? Ja, bitte überleben. Nein, ich habe das doch gerade geschafft. All ihr Futter. Seid ihr eigentlich auf einem Friedhof? Oder wir sind auf einem Friedhof? Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere. Wir haben einen Hund gekillt. Der hat einen Schlüssel gehabt. Ja, das sagst du schon die ganze Zeit. Das glaube ich euch langsam nicht mehr. Okay, wo rennst du jetzt wieder hin, Jay? Ja, zu dem Hof, der Tür, für den ich jetzt den Schlüssel habe. Ich bin verletzt. Ich habe nichts zum verletzten, hier zum heilen. Ich kann also nicht rennen. Ich muss jetzt einfach hier langsam rennen. Aber ich komme. Warum bist du denn verletzt? Weiß ich nicht, weil ich... Jetzt kannst du wieder. Jetzt muss ich auf dich werfen. Okay, ich komme. She's a Maniac, Maniac on the Friedhof. Er geht über die Brücke rüber. Okay, auf. Ja, so geht das. Oh, oh. Oh, ein Zombie! Hä, jetzt bist du da rausgefallen? Wo müsste ich denn jetzt hin? Kontrollpunkt, Alter. Hier, auf. Jetzt sind wir getrennt. Oh, wir sind getrennt? Okay, alles klar. Blöder Hund, du! Du Kackwurst! Jetzt bin ich tot. Doch nicht, oder? Doch. Ja doch, jetzt bin ich am sterben. Wenn ich mich jetzt nicht rette, dann sterbe ich. Aber wir sind eh getrennt, also es ist vorbei. Na gut. Freunde! Ist es schon wieder gestorben heute? Ist es schon wieder gestorben heute? Ich glaube schon. Dann allen Fokus jetzt mal auf Ben und Nasti. Okay. Wir sind schon wieder gestorben. Wir gucken mal jetzt den Schluss an jetzt hier. Bei Nasti und Ben. Wo bist du denn? Das schaffen wir. Das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Kann ich dir irgendwie helfen? Was sagt der Chat? Meldet euch. Seid ihr am Start? Seid ihr noch da? Habt ihr mitgefiebert? Ich dachte, ich muss warten. Oh Gott, dieses dumme Vieh auch die ganze Zeit. Ja, ich hab's gerafft. Jetzt sterben wir noch mal. Irgendwann muss ich halt ab... Ich gebe nicht auf, Rudi Ratlos. Wir müssen gleich abmoderieren. Gleich ist die Sendung zum Schluss. Wir können noch ein kleines Fazit machen. Wir müssen jetzt aufhören tatsächlich, Freunde. Das wollte ich damit sagen vor zwei Minuten. Ja. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, liebe Freunde. Das war ja was. Mensch, das war ja verrückt. Das war echt crazy. Hätten wir das auch mal gespielt? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Medaille ist ganz klar. Die wird jetzt übergeben feierlich an... Aber sehr feierlich, wie ich es gerade mache. Nastasia? Ja. Hier ist deine Medaille. Die schäbigste Preis verloren aller Zeiten. Du machst den Preis nur schlechter als er ist, weil du verloren hast. Ich würde die auch nicht machen. Nein, nein, ich bin auch gar nicht verbittert. Ihr habt verdient... Oh, ist das schön. Dankeschön. Ein großer Kopf, eine kleine Medaille. Und damit geben wir heute ab und wünschen euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ja, vielen Dank Jay, vielen Dank Ben, Nasti fürs Mitmachen. Ich danke dir, Donny. Vielen Dank Viet und die Regie fürs alles andere machen. Gute Nacht, haut rein. Tschau. Ciao.